Wir haben natürlich die Abstandsregel, die gilt für alle. Unsere Mitarbeiter tragen jetzt mittlerweile Mundschutz in der Verkaufshütte und wir haben natürlich Desinfektionsmittel sowohl am WC als auch bei der Bar und wir desinfizieren natürlich alle Tische regelmäßig. Wir warten immer bis die Sonne untergeht, da ist es am schönsten und dann schließen wir, maximal haben wir bis 23 Uhr derzeit offen. Unsere Speisen sind alle einzeln verpackt und das Zweite ist natürlich, wir haben hier riesenweite Flächen, man kann hier die frische Luft genießen und deswegen haben wir quasi eine Picknickbox entwickelt und man nimmt sich einfach so eine Picknickbox und geht in die Weiten des Weingartens und genießt es dort auf einer Decke ganz allein. Sonntags, damit die Eltern quasi ein bisschen entlastet sind vom Homeschooling und ähnlichen Dingen, die in der letzten Zeit passiert sind, gibt es am Sonntag Kinderbetreuung. Es ist jetzt ganz neu, der Weinautomat und der soll einfach es möglich machen, dass wenn einmal am Wochenende oder wann auch immer zu späterer Stunde der Wein ausgeht, dass man sich jederzeit sein gutes, gekühltes Flascherl holen kann und kontaktlos natürlich bezahlen kann.